Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Randegger Ottilienquelle, natürlich regional. Ja, hallo. Wir sind ein Museum des mobilen Reisens, und zwar in Bad Waldsee, von dem Erwin Hümer, gegründet und auch gleichzeitig Stifter. Wir erzählen, bei uns wird erzählt, die Geschichte des mobilen Reisens von den Anfängen in Deutschland bis zur Jetztzeit. Das heißt, bei uns waren wir bisher immer nur in der Vergangenheit, aber ab März kommt dann die Zukunft dazu. Wir bekommen eine neue Station. Da geht es darum, was sein könnte irgendwann mal. Eine ganz spannende Geschichte. Im Sommer haben wir dann unser Summertime-Fest. Wir haben also wechselnde Veranstaltungen auch noch. Unser Summertime-Fest im August findet statt vom 13. bis 14. August. Mit hoffentlich ganz vielen Exponaten, amerikanischer Oldtimer, wünschen wir uns ganz viele. Also wer einen hat, bitte kommen, melden, am besten auf die Internetseite schauen. Also kommen Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns.